ich bin euer bmw intelligent personal assistant effizienz spielt bei elektromobilität eine wichtige rolle thomas kannst du uns das genauer erklären herzlich willkommen bei bmw efficient dynamic ich freue mich jedes mal den ex zu sehen weil der für mich die die pure ausdrucksform von efficient dynamic ist effizienz bedeutet dass wir geringe stromverbräuche bei batteriefahrzeugen haben aber auch die optimale auslegung eines hochvolts speichers wir kümmern uns um das gewicht der fahrzeuge wir kümmern uns um die aerodynamik der fahrzeuge und bringen das alles zusammen das bedeutet dass wir hier messen wie das auto die kraft des fahrwiderstandes wie das auto zurückgezogen wird der vielleicht wichtigste teil in der aerodynamik ist die gestaltung des hex ein wichtiger aspekt ist tatsächlich im bereich des greenhouses also dort wo die scheiben sind das sieht man glaube ich ganz gut wie wir diesen bereich eingezogen haben das haben wir gemerkt mit dem designern weil der unterdruck der hinter dem auto ist er zieht ja in dem auto der zieht das nach hinten wir wollen ja nicht nach vorne fahren je geringer die fläche ist speziell dort im scheibenbereich desto weniger kraft nach hinten entsteht mit dem optimalen cx wert des fahrzeugs sind wir weltweit führend ein cx wert ist eigentlich nur ein koeffizient der zeigt wie gut oder wie schlecht die luft die anströmung um das auto rumgelenkt wird der ganze grill vorne wo die ganzen fahrerassistenzsysteme hinter sind ist komplett geschlossen die einzige öffnung die wir noch haben bis hier unten für die kühlung wo wir noch luft reinlassen müssen aber auch dort haben wir eine klappe eingebaut eine luftklappe wo wir bedarfsgerecht sie aufmachen können dazu machen können wir arbeiten eng mit dem design zusammen unsere fahrzeuge sind ästhetisch und effizient man sieht hier unsere tollen erb performance wheels sehr geschlossene felgen die verhindern dass die luft aus dem inneren nach außen tritt weil genau das wollen wir nicht wir wollen dass die luft hier ohne hohe widerstände am auto lang nach hinten läuft und nicht durch luft die aus dem rathaus aus kommt gestört wird das ist aber noch lange nicht alles im fahrzeug gibt es funktionen die euch helfen den stromverbrauch zu senken und die reichweite zu optimieren wenn wir diesen efficient modus wählen verändert das fahrzeug sein verhalten das fahrzeug ist noch effizienter die antriebseffizienz wird erhöht beziehungsweise nebenverbraucher werden anders gestaltet immer um den stromverbrauch nochmals zu reduzieren beziehungsweise die reichweiten zu erhöhen der efficiency trainer analysiert euer fahrverhalten und trainiert euch besonders effizient zu fahren ein weiteres wichtiges thema ist das laden hey bmw wie kann ich meine ladezeit reduzieren du kannst die ladezeit am effizientesten verkürzen indem du eine schnell ladesäule benutzt diese kann sehr hohe energiemengen übertragen und reduziert die ladezeit deutlich wenn du zusätzlich die zielführung zu einer schnell ladesäule aktiviert wird der speicher bereits für eine maximale energieaufnahme vorbereitet sagt mir daher gerne jederzeit bescheid wenn du zu einer ladesäule fahren möchtest freude am fahren durch maximale performance und minimalen verbrauch dafür steht bmw efficient dynamics